heute möchte ich noch mal auf die letzte spiel zurückblicken denn jedes jahr gibt es vor der messe spiel im herbst des eines jahres eine menge vorberichte und eine menge spiele die angekündigt sind und ja um einige darum entwickelt sich auch ein gewisser hype das sind so spiele die in vielen toplisten vor der messe auftauchen die zum beispiel in mein blog habe ich ja auch mehrere vorschaulisten veröffentlicht eben darin aufgetaucht sind aber zum beispiel auch auf board game geek gibt es zum beispiel ein most wanted tracker für die spiel das heißt da werden die spiele getrackt die die meisten ja die meisten auf die sich die meisten freuen auf der spiel essen und es gibt natürlich auch noch bei vielen anderen kreativen auf youtube in blogs in podcast vorschauen und ja da gibt es immer eine gewisse anzahl von neuen brettspielen um denen ja um die ein gewisser hype entsteht auf die sich viele freuen auf der spiel und ja die frage ist natürlich dann am ende wie gut ist dieser hype dann am ende gerechtfertigt wie gut stellen sich die spiele dann raus nach ein paar monaten kann man das sicherlich dann beurteilen ob der hype wirklich gerechtfertigt war und ja heute möchte ich einfach mal auf insgesamt 11 hype brettspiele der spiel 21 zurückblicken und für einfach der frage nachgehen war der hype gerechtfertigt dabei gehe ich ein bisschen darauf ein warum ich mich jetzt zum beispiel darauf gefreut habe das sind jetzt alles titel die auch in meinen vorschaulisten mit dabei waren und auf die ich mich gefreut habe und ja und was ich da jetzt am ende von halte ich habe die alle jetzt gespielt und möchte einfach mal dazu meine meinung schildern und los geht es gleich mit dem großen elefanten im raum um das mal ein bisschen bildlich darzustellen das passt auch thematisch es geht natürlich um arche nova ich glaube das war eines der hype spiele der letzten spiel 21 der neue titel von feuerland spiele und das erste spiel von matthias wigge haben sich viele darauf gefreut denn was man vorher so gesehen hat an material irgendwann konnte man auch schon die anleitung reinschauen das klang natürlich alles sehr spannend und sehr interessant aber man muss auch sagen das war das erstlingswerk von matthias wigge und auch wenn der feuerland verlag auf jeden fall dafür bekannt ist eine sehr gute redaktionelle arbeit zu machen und mit sicherheit kein halbgare spiel rauszubringen war man doch sehr gespannt ob archenova dem großen hype im vorfeld gerecht werden kann ich habe mich auch sehr darauf gefreut und man muss natürlich sagen jetzt im nachhinein oder ich kann zumindest sagen der hype war voll gerechtfertigt archenova ist ein großartiges spiel geworden wo wir halt einen eigenen zu aufbauen das wissenschaftliche thema ist hier oder der wissenschaftliche anteil ist auch sehr sehr gut umgesetzt wie ich finde man muss hier immer zwischen attraktionen also man muss schon besucher ins in den zu bekommen und eben aber auch wissenschaftliche arbeit artenschutz projekte etc immer eine gute balance haben um am ende eine chance zu haben das spiel zu gewinnen und mir macht das extrem viel spaß sowohl mit anderen spielern als auch im solospiel und man muss auch sagen auch insgesamt ist es extrem gut angekommen also bei mir hat es zum beispiel den abenteuer brettspiel awards für das beste brettspiel 2021 gewonnen und ist auch in meiner top 10 liste letzten jahres auf platz eins gelandet und bei vielen anderen podcaster blogger und youtuber ist dieses spiel auf jeden fall auch sehr sehr gut angekommen das sieht man auch an den zahlen bei board game geek da gibt es aktuell eine bewertung von 8,7 von 10 das wird sich sicherlich mit der zeit noch ein bisschen normalisieren gerade weil ja die erste charge dann relativ schnell auf der spiel ausverkauft war und die nachlieferung dann erst zu weihnachten kam ich weiß gar nicht dann wann es dann im englischsprachigen raum zu kaufen war das ist auch noch nicht lange her also es wird sich sicherlich noch ein bisschen nach unten korrigieren aber die bewertung ist schon sehr sehr gut und es hat auf bgg aktuell nach jahr aktuell wenn ich jetzt drauf schaue die position 83 schon innen und das ist natürlich krass für so ein frisches neues spiel schon jetzt die top 100 geknackt und ja also wirklich ein großartiges spiel archenova hat auf jeden fall den hype gerechtfertigt der vorher darum den es vorher darum gab und das war halt der erste titel der zweite titel hier auf meiner hype liste der spiel 21 ist messina 1347 von delicious games der delicious games hat ja in den letzten jahren einige wirklich gute spiele rausgebracht und so hat man sich eben auch auf messina 1347 gefreut das thema klang auch sehr spannend es geht halt hier nach der zu der namensgebenden stadt in dem jahren 1347 und das war eine zeit wo die pest die stadt erreicht hat das waren wohl irgendwie händler oder schiffe die die pest in die stadt gebracht haben und wir sind halt reiche bürger die einerseits aufs land gehen um davor gestützt zu werden aber eben auch geld einsetzen und aktionen nutzen um eben die stadt wieder von der pest zu befreien um menschen zu helfen die zu heilen und am ende eben auch die ratten zu töten zum beispiel mit mit feuer und dann eben wieder die pest aus der stadt zu vertreiben um sie wieder lebenswert zu machen das klang alles ziemlich gut und einer der beiden autoren ist vladimir suki und das hat zusammen mit raul fernandes aparicio dieses spiel gemacht ja und da waren die erwartung natürlich sehr sehr hoch nach anderen titeln wie zum beispiel underwater cities aus den vorjahren und ja ich muss sagen wir haben es gespielt es hat mir auch gut gefallen aber es hat zu den ganzen hype der es den es davor gab den ich ja auch hatte zu messina 1347 hatte es nicht gerechtfertigt es hat mir nicht ganz so gut gefallen ist jetzt kein schlechtes spiel und ich würde es auch wieder spielen aber es kommt zum beispiel jetzt an underwater cities für mich persönlich bei weitem nicht ran es ist halt so dass wir so ein variables spielbrett haben mit verschiedenen stadtgebieten und da gibt es auch häfen und überall gibt es halt auch bürger und wir bewegen uns halt mit unseren figuren am anfang setzen wir die ein und später bewegen wir die halt von ort zu ort auf dem spielbrett und nutzen dann eben aktionen indem wir bürger retten indem wir mit feuer eben versuchen die pest zu bekämpfen und ähnliches und am ende gibt es auch einen ganz interessanten twist dass wir am ende versuchen müssen dann erst holen wir die bürger raus und am ende müssen wir dann eben wieder die bürger wieder zurückbringen um dann wieder punkte zu machen das ist schon ganz witzig so in der theorie gemacht und wir haben auch ein eigenes spieler tableau was dann so einen runden bereich hat wo wir nach und nach dem wir nach und nach ausbauen wo wir bürger reinsetzen können die uns dann bestimmte bonus aktionen geben das ist an sich schon alles ziemlich witzig ich finde aber trotzdem diesen hauptmechanismus meine bürger so meine bürger dort von ort zu ort bewegt zu bewegen in der stadt finde ich persönlich nicht so ansprechend und da gibt es noch ein paar leisten auf dem man steigern kann die aber auch fast no brainer sind dort diese werte zu steigern weil die einfach wichtig sind und vorteile bringen und ja also es ist kein schlechtes spiel und ich würde es auch wieder spielen aber für mich hat messina 1347 nicht die qualität erreicht die die vorgänger von florida musuki hatten und entsprechend hat es für mich den hype nicht eingelöst um golem von cranio creations gab es auf jeden fall auch ein hype vor der spiel 21 und ich muss sagen bei mir war der hype gar nicht selbst so groß also klar habe ich mich auf das spiel schon gefreut einfach weil die autoren flaminia prasini virginio gigli und simone luciani schon tolle spiele rausgebracht haben und alleine deswegen ja war es für mich einfach ein spiel was ich unbedingt angucken musste und wollte und wo ich natürlich auch gehofft habe dass es gut wird aber die optik hat mich persönlich nicht so angesprochen ich finde auch das cover nicht wirklich schön also weiß ich nicht das ist halt nichts was mich jetzt persönlich in dem irgendwie positiv anspricht aber auch die sachen die man so vom spielbrett gesehen hat vom material sah doch alles so in verschiedenen brautönen für mich persönlich nicht so attraktiv aus aber ich habe es natürlich gespielt habe es mir auf der messe geholt und habe es gespielt und ich muss sagen mir hat es sehr gut gefallen also das spiel ist halt so dass wir ins prague des 16 jahrhunderts gehen und dort wird diese legende des golems aufgegriffen der die stadt vor bösen beschützt und wird halt durch gewisse magie oder durch gewisse sachen erschaffen aus lehm und der läuft dann durch die stadt und im endeffekt machen wir das auch wir haben im endeffekt drei hauptmöglichkeiten die wir im spiel machen können wir können zum einen eben so eine golems bauen die dann eben durch drei verschiedene straßen laufen wir müssen mal aufpassen mit unseren eigenen studenten dass wir den im griff behalten dass der keinen schaden macht aber wir können ihm auch boni nutzen auf den eigenen aus den einzelnen feldern wo er lang läuft und wir können ihn auch sterben lassen was uns auch wieder boni bringt was auch irgendwann sinn macht damit er kein wie gesagt keinen schaden anrichtet dann können wir zum anderen unsere eigene bibliothek ausbauen das heißt bücher anschaffen und dadurch gewisse set collection und andere boni die wir noch freischalten können wir können auf unserem tablo die wir also diverse boni freischalten die uns als stärkere aktion ermöglichen auch das ist eine valide strategie und wir haben noch eine möglichkeit artefakte zu erschaffen und das ist auch wirklich gut gemacht und ich finde diese kombination dass die in verschiedenen möglichkeiten man kann nie alles machen man muss sich schon auf gewisse sachen konzentrieren zudem muss man eben diese golems auf dem spielbrett managen und ich finde insgesamt das wirklich ein sehr sehr gutes spiel auch dieser auswahlmechanismus wir haben hier halt murmeln die in einem würfelturm oder murmelturm mit dem fall gewerfen gewerfen werden und dann raus rollen und wir und dann uns nicht nur eine möglichkeit geben aus verschiedenen aktionen zu wählen indem wir dann eine murmel bei dieser aktion rausnehmen sondern die stärke wird eben eben wie bei grand austria hotel durch die anzahl der murmeln bestimmt die dort liegen also je mehr moment dort liegen umso stärker ist die aktion wenn wir eine murmel rausnehmen und dann haben die murmeln auch verschiedene farben was uns auch ein boni bringen kann und es ist ein sehr gutes expertenspiel anspruchsvoll auf jeden fall aber golem hat mir mit jeder partie die ich bisher gespielt habe auf jeden fall besser gefallen wenn man da reinsteigt wenn man sich ein bisschen um das über das trüge optische zumindest geschmacksache für mich etwas trüge optische hinweg setzt ist es am ende wirklich ein sehr sehr gutes spiel gefällt mir sehr gut und ja von daher für mich persönlich den hype auf jeden fall gerechtfertigt sogar noch ein bisschen positiver weil wie gesagt bei mir war der hype gar nicht so groß wie bei anderen aber auf jeden fall der hype bei golem gerechtfertigt als nächstes haben wir den titel boone lake von dlp games und der war für mich auf jeden fall ein halbtitel der spiel 21 denn der autor ist alexander fister und er hat ja ein bisschen angekündigt dass er eher so kennenspiele machen will in den nächsten jahren so die ganz großen expertenspiele nicht aber muss sagen boone lake ist doch tendenziell dann wieder ein expertenspiel vielleicht so auf der kippe zwischen kenner und expertenspiel ja und was ich vorher gesehen hatte am spielfeld an aktionsmöglichkeiten an mechaniken klang schon wirklich spannend von da habe ich mich sehr auf boone lake gefreut und thematisch geht es halt hier an den namensgebenden see wo wir als siedler uns niederlassen und im endeffekt wir entdecken neue landschaften wir erkunden oder sichern uns grundstücke wir bauen häuser bauen die weiter aus siedlungen wir können aber auch vieh auf weiden dort mehr weiden lassen wir bauen lebensmittel an und so weiter und es gibt insgesamt 165 projektkarten im spiel und ganz viele holzteile wir haben auch ein eigenes tableau was wir ausbauen können wo wir neue broni freischalten können stärker aktionen freischalten können siegpunkte aber müssen auch immer unsere ressourcen managen natürlich und wie gesagt eine menge projektkarten die auf verschiedene weise funktionieren die uns sofort effekte geben dauerhafte broni oder eben auch entwertungen und das hörte sich als mix wirklich sehr spannend an und ich muss sagen mir hat das spiel auch gut gefallen der aktionsmechanismus ist ja auch ganz interessant denn wir wählen ist kein worker placement sondern wir haben so aktionsplättchen ausliegen und immer wenn man dran ist wählt man eines der aktionsplättchen und je nachdem wo die liegen also wie lange die auch nicht benutzt wurden umso weiter kann man dann mit dem eigenen schiff auf dem fluss reisen das ist so der tracker zum einen wir reisen auf einem fluss lang da gibt es dann zwischenwertungen und dadurch wird auch das spielende eingeleitet und je nachdem welches plättchen wir nehmen können wir unterschiedlich weit fahren da kriegen wir auch noch mal boni auf dem fluss und wir können diese aktion machen und der witz ist auch hier dass in der regel dann eben auch man selber eine aktion macht und dann alle inklusive einem selber noch eine zweite aktion machen also man ist hier und das finde ich sehr gut ständig dabei ständig involviert man kann permanent auch was machen wenn die anderen dran sind das verringert so das gefühl der downtime schon auf jeden fall sehr man muss aber auch sagen das ist wieder eins der spieler die wo wir halt selber im griff haben das spielende einzuleuten das heißt wenn wirklich alle langsam spielen wenn alle jeden boni auf dem fluss mitnehmen wollen und keiner weg rennt dann kann das spiel echt lange dauern und da gibt es doch ein paar spiel in der vergangenheit die eben so dieses ja problem will ich es nicht nennen das ist eine möglichkeit so ein spielende einzuleuten aber ich bin doch mehr ein fan davon wenn ich noch zusätzlichen timer habe irgendwas was zusätzlich auf jeden fall aufs spielende hinarbeitet und was irgendwo vielleicht eine gewisse sache forciert oder was dann anreiz gibt schneller zu spielen es kann schon sein wenn jeder sich nicht traut gerade unseren ersten partien was so wir wussten nicht okay können das nicht einschätzen macht es mehr sinn noch dinge zu sammeln noch punkte abzugreifen noch aktionen mehr zu machen oder sollte man lieber schneller auf spielende hinarbeiten ja das ist so ein kleiner wehrmutstropfen hier dass man da keine mechanik drin hat die so ein bisschen das spiel ein bisschen forciert und an sich muss ich sagen ist es ein spannendes spiel mir gefällt es auf jeden fall es gibt viele möglichkeiten wie gesagt die karten sind eine tolle sache auch das eigene tableau man kann ja auch nicht alles machen und man hat eine gewisse interaktion auf dem spielfeld das finde ich schon alles ziemlich gut es wirkt aber eher wie so ein mechanik mix wo man halt viele mechaniken in einen topf geworfen hat als das jetzt die vorgängerspiele von von alexander fester waren also create west and trail oder mark kaibo die für mich persönlich eine deutlich stärkere metapher haben deutlich stärkeres thema haben wo einfach auch die mechaniken sich viel besser in das thema in dem thema fundiert sind und deswegen ich beim spielen auch das gefühl habe da mehr entscheidungen zu treffen die auch thematisch ja vielleicht tiefer verankert sind klar ich habe selber in meiner spielerunde mitspieler die sagen das thema ist ihnen völlig egal die jetzt wirklich nur mechanik an mechanik interessiert sind und mechanik ist es wirklich gut also mir gefällt boonleg wirklich gut ist auch ein gutes spiel keine frage aber für mich ist es halt nach den großen erwartungen die waren vielleicht auch zu groß für für mich denn alexander fester ist wie gesagt einer meiner absoluten lieblingsautoren fällt halt boonleg ein bisschen hat nicht für mich persönlich nicht ganz den hype gerechtfertigt im vorfeld ist aber dennoch ein sehr gutes spiel keine frage und von daher bin ich noch ein bisschen unentschieden wie ich am ende mich dazu äußern soll ob es jetzt den hype auf dem hype gerecht geworden ist oder eben nicht das ist so bei mir noch ein bisschen unentschieden ja ein weiterer sehr komplexer titel ist imperial steam was auf der spiel 21 nur auf englisch zu bekommen war und zwar von capstone games und imperial steam wie der name schon ein bisschen vermuten lässt ist ein eisenbahnspiel wo es in die zeit der industriellen revolution ins kaiserliche österreich geht und wir halt dort auf einer großen landkarte viele städte viele orte haben auch ein bisschen norditalien mit drin und angrenzende länder aber hauptsächlich halt österreich und wir halt dort von wien ausgehend strecken bauen wir bauen eigene züge auf wo wir dann immer neue lokomotiven die weiter fahren können oder mehr transportieren können bzw mehr waggons dran haben können und diese waggons können wir uns auch holen wir können dann lieferungen zu orten machen die uns halt boni bringen wir können fabriken bauen in den orten um erstmal überhaupt ressourcen auf spielfeld zu bringen es gibt einen sehr schönen ansehensmechanismus oder rufmechanismus der halt zum beispiel die spielereihenfolge bestimmt aber auch zum beispiel wo wir in welchen orten wir überhaupt arbeiter anheuern können es gibt eine möglichkeit arbeiter aufzuleveln dass die stärker sind es gibt auch eine ganz coole möglichkeit waren zu bestellen dass man die erst in der nächsten runde bekommt aber dafür kann man mehr ordern sozusagen als wenn man die nur wenn man ja sofort die haben möchte dann kann man nur eine ware bekommen so könnte man mehrere waren in der nächsten runde bekommen und es gibt wirklich in dem spiel sehr sehr viele möglichkeiten es hat auch variablen spielaufbau man kann eine menge sachen auf das spielbrett legen andere orte und andere sachen verändern es gibt einen auftragsmechanismus der ziemlich cool es gibt halt aufträge die uns viele punkte bringen aber nur wenn mindestens einer der spielerinnen und spieler die zielstadt triest war es klar wenn ich jetzt mich nicht angeschlossen hat wenn die nicht angeschlossen wurde im laufe des spiels dann werden diese aufträge gar nicht gewertet und das ist wirklich also jetzt vier drin ist wirklich ein expertenspiel ein tolles spiel von alexander hümer das mir sehr sehr gut gefällt ich habe mich da sehr darauf gefreut weil ein das cover sieht toll aus aber eben auch was ich von den mechaniken gesehen habe von der komplexität die möglichkeiten habe ich mich sehr sehr auf imperial steam gefreut und ich muss sagen das hat es für mich auf jeden fall erfüllt es ist ein tolles einsatz spiel gehört auf jeden fall zu meinen highlights der letzten spiel 21 und von daher imperial steam ist dem hype gerecht geworden dann gehen wir mal an das untere ende der komplexitäts skala denn seven wonders architects von repos production ist auch für die spiel 21 angekündigt wurden ich habe es dann ein bisschen später bekommen nicht auf der spiel aber ist auf jeden fall ein titel den wir zur spiel 21 gezählt haben und ja da habe ich mich auch sehr darauf gefreut in seven wonders ist ja eine mittlerweile kann man sagen serie von spielen mit vorher zwei titeln die mir sehr gefällt also das original seven wonders ein sehr schönes drafting spiel für bis zu sieben personen und seven wonders duel die zwei personen variante die auch sehr gut funktioniert ja da hat man sich natürlich vorher auch gefragt okay seven wonders architects was soll das werden was wird hier kommen und am endeffekt ist es eine relativ große box gefunden für ein einsteiger spiel was noch einsteiger freundlicher ist als seven wonders was ja schon nicht wahnsinnig komplex ist aber man hat hier wirklich noch mal das level noch runter genommen hat dinge vereinfacht gerade so die abhängigkeiten zwischen den einzelnen karten die man ausspielen kann im originalspiel gibt es ja da abhängigkeiten bzw man bezahlt weniger wenn man bestimmte karten baut wenn man andere vorher schon hat und ähnliches das ist hier deutlich verringert worden es gibt auch weniger ressourcen und so weiter der kampf wurde vereinfacht und so weiter aber im grund die grundzutaten von seven wonders ist hier mit dabei und ich glaube das ziel war dann auch eben wirklich einsteiger und wirklich familien casual spieler mit seven wonders architects abzuholen und ja das hatte ich auch erwartet und deswegen war es auch eines der spieler auf die ich mich sehr gefreut habe gerade bei diesen familientiteln und ich muss sagen nachdem ich es jetzt wirklich gespielt habe auch mit vielen spielern die auch gesagt haben dass ihnen das so als absacker auf jeden fall mal gefällt es ist kein spiel was ich jetzt in unserer spielerunde ständig vorschlagen würde dafür ist es dann doch zu basic dann spielen wir lieber das richtige seven wonders aber gerade für einsteiger für familien im freundeskreis wenn man jetzt wirklich mal etwas schnelles und wo die regeln wirklich auch sehr sehr schnell erklärt sind spielen möchte ist seven wonders architects sehr gut geeignet man hat das sehr gut runtergebrochen und man muss auch sagen dass die ausstattung des spiels wirklich großartig ist man hat eine menge trace drin für jede von diesen sieben weltwohnen dabei sind die man bauen kann und mit den karten die es dazu gibt gibt es eigene trace die man rausnehmen kann auf den der person geben kann das ist sehr schön auch für die restlichen materialien gibt das trace selbst für die karten die man auf den tisch stellt dass man schraftet hier nicht indem man karten von hand zu hand gibt sondern die stehen halt immer zwischen zwei spielerinnen spielern und in der mitte steht ein stapel und für all diese stapel gibt es halt eigene kleine kartenhalter die dabei sind und super ausstattung auf jeden fall und ein sehr schönes einsteigerspiel von daher auch seven wonders architects für mich auf jeden fall dem hype gerecht geworden die deutsche version von terraforming mars aris expedition hat es ja leider nicht zur spiel 21 geschafft sondern ist erst ganz knapp 20 22 einfach 22 dann angekommen hat sich halt viel durch logistik et cetera verschoben aber die englische version von terraforming mars aris expedition gab es schon auf der spiel 21 und von daher hatte ich ja da auch eine vorschau drauf gemacht und hatte mich eigentlich auch darauf sehr darauf gefreut weil der für maß ja zu den spielen gehört die auch in meiner topliste weit oben sind und man kann über terraforming mars sehr sehr viel positives sagen aber es hat auch das problem dass partien oft sehr lange dauern und es ist jetzt kein spiel was sehr schnell geht und da war so ein aspekt der bei terraforming mars aris expedition reinkam dass es hieß das wird auf jeden fall ein schnelleres spiel weil halt bestimmte sachen rausgenommen wurden primär das spielbrett es gibt zwar auch hier immer noch ein mars tableau und mars spielbrett in der mitte wo wir auch ozean plättchen drauflegen aber sonst nichts also es gibt jetzt keine großen kein großen maß wo wir gebäude städte wälder errichten et cetera und ozeane sondern das ist deutlich runter gedampft und was hier eben noch dabei ist und im großen maß sind halt die karten von da ist jetzt wirklich primären kartenspiel hier gibt es eben drei arten von karten die uns sofort effekte erlauben die uns dauerhafte boni erlauben und die uns die dritte art erlaubt uns aktionen die wir nutzen können ja und so versuchen wir auch hier die meisten siegpunkte zu machen indem wir unsere eigenen produktionen erhöhen und noch boni werte erhöhen dass wir wieder günstiger bauen können dinge und wir suchen natürlich auch karten auszuspielen projekte auszuspielen die miteinander gut funktionieren die miteinander synergien ergeben und das funktioniert sehr gut muss ich sagen ich habe solo gespielt ich habe es mit anderen gespielt hat spielt sich ein bisschen anders solo weil auch hier wieder die anzahl der runden begrenzt ist und man eben doch ein bisschen anders spielt als wenn man gegen mitspieler spielt aber mir gefällt es in beiden varianten sehr gut muss aber sagen am ende der große hype es ist nicht der terraforming mars killer geworden es ist eine schöne variante geworden die aber auch natürlich insgesamt schlanker ist die nicht noch schneller ist sondern die hat ja auch einen anderen aktionsmechanismus sehr gut gefällt aber die in der summe natürlich nicht dieses ganz große mars terraformen gefühl dann mehr heraus ruft eben weil eben auch im zentralen spielbrett jetzt nichts entsteht das ist halt bei dem normalen terraforming mars dann doch schöner was auf dem zentralen spielbrett entsteht von daher für mich nicht ganz dem hype gerecht geworden es ist jetzt nicht das spiel was terraforming mars ablöst aber terraforming mars aus expedition trotzdem sehr gut sehr gutes spiel geworden und da habe ich zum beispiel ein solo let's play auf meinem youtube kanal veröffentlicht den verlinke ich auch gerne in die show notes und dann könnt ihr euch das auch mal anschauen ein weiteres solo let's play gibt es auch von world of warcraft russ of the lake king bei mir im youtube kanal auch das verlinke ich natürlich in den show notes ja und dieser neue pandemic ableger auf den habe ich mich auch sehr sehr gefreut hat es dann auch nicht ganz zur spiel 21 geschafft war aber natürlich auch einer der titel der da in adamunde war denn von pandemic gibt es halt seit einigen jahren ja fast jedes jahr ich weiß gar nicht genau ob es jedes jahr ist aber ja stand alone ableger die halt das grundsätzliche pandemic prinzip aufgreifen dass wir halt verschiedene orte haben die miteinander verbunden sind wir reisen mit unseren figuren halt von ort zu ort und versuchen im original pandemic eben zu verhindern dass weitere ausbrüche an krankheiten passieren die halt so durch würfel dargestellt werden dazu sammeln wir karten und können unsere spezielle aktion nutzen das ist halt hier so ein bisschen ähnlich im grundprinzip aufgegriffen aber es funktioniert dann doch anders und zwar geht es halt hier an die welt von world of warcraft dieses online rollenspiel und hier ist es halt so dass wir keine krankheiten haben die spawnen sondern wir haben ghoul die auftauchen und dazu gibt es dann eben noch wenn wir normalen pandemic eben so eine so ein ausbruch stattfindet wo er dann diese krankheiten sich auf die nachbarorte ausbreiten ist das hier nicht so sondern wenn hier quasi der vierte ghoul gesetzt werden müsste erscheint stattdessen eine große monströsität die halt mehr lebenspunkte hat und deswegen schwerer zu töten ist aber die natürlich auch den verderbensmarker verrückt und das ist halt so ein weiterer tracker der dazu führen kann dass wir das spiel verlieren und unser ziel ist es halt mit unseren charakteren die wirkliche charaktere aus wo w sind mit ihren wirklichen spezialfähigkeiten das ist sehr gut umgesetzt reisen wir halt hier auch von ort zu ort müssen erstmal einerseits natürlich diese ghoul im schach halten dass nicht so viele erscheinen auch wenn dann mal so eine monströsität erscheint diese halt besiegen und eben versuchen eben das im griff zu behalten sondern management risikomanagement oder gefahrenmanagement haben aber auch drei bereiche auf dem spielbrett drei instanzen das kennt man ja auch aus wo w das heißt das sind besondere gegner gegen die wir kämpfen müssen was heißt wir müssen diese drei instanzen mithilfe von karten auch erstmal besiegen und wenn wir diese drei instanzen besiegt haben was uns dann jeweils noch eine starke bonus karte gibt dann wird eigentlich der namenslebende geht der namensgebende licht king in seine eiskron zitatelle das ist auch ein ort auf dem vielfeld und das ist sozusagen der letzte kampf und da müssen wir auch noch mal durch würfel und durch karten eine menge symbole freischalten oder oder ja uns erstmal sammeln um diese letzte instanz die als grund zitatelle zu schaffen und dann haben wir den licht king besiegt und ich muss sagen mir gefällt world of warcraft wars of the licht king sehr ich habe mich da sehr darauf gefreut weil ich mag pandemic an sich auch sehr das thema ist aber nicht so 100 prozent meins und war es eigentlich auch noch nie also es hat sich sicherlich durch corona jetzt vielleicht noch mal ein bisschen verstärkt dass ich dann auch nicht so dinge spielen möchte die vielleicht unbedingt was mit schweren krankheiten zu tun hat aber auch früher war das schon ein thema was ich jetzt nicht so wahnsinnig geil fand das war ein tolles spiel und es war auch okay aber das thema wo w diese ganze fantasy welt die ich ja früher auch gespielt habe dieses mmo rpg kommt ja super rüber es ist auch eine tolle ausstattung die illustrationen auf den karten sind super ich finde die karte die spielbrett selber finde ich schön die miniaturen das ist jetzt kein kein simon keine simon qualität aber das ist macht so einen unterschied dass wir ja keine menschärgerlich pöppel haben und keine cubes einfach sondern dass wir kleine ghule haben dass wir große monstrositäten haben die wirklich cool aussehen und dass wir unsere helden eben auch toll aussehen und der licht king ist halt eine riesen mini im vergleich zu den anderen und das sieht einfach großartig aus und gefällt mir eben auch schon von material her sehr sehr gut und ich finde es halt auch spielerisch sehr gut es funktioniert so dass wir natürlich mehr mit mehreren kooperativ spielen wie man es halt so kennt und immer nach und nach diese aktion nutzt im solo kann man das auch spielen mit drei helden und man hat eine gemeinsame kartenhand das heißt man muss ja nicht mehr handy spielen und jeder von den eigenen helden hat eine eigene kartenhand sondern wir nutzen eine kartenhand was die sache sehr sehr vereinfacht und sehr sehr gut funktioniert ja von daher wo w ich glaube mittlerweile aktuell mein lieblings pandemicspiel sozusagen in der pandemics welt und ja deswegen für mich auf jeden fall wo w ras of the licht king dem hype gerecht gewonnen ja und ein spiel auf das ich mich auch sehr gefreut habe was es dann auch auf der spiel 21 gab war kora aufstieg eines imperiums das hatte ich ja schon glaube zwei jahre vorher dann mal auf der internationalen spielwaren messe in nürnberg gesehen es hat ein tolles cover das thema ist halt so antike wir sind jeweils herrscher und herrscherin einer stadt in der antike einer griechischen stadt und versuchen halt zum einen unser einfluss in verschiedenen bereichen oder unsere leisten stärken in verschiedenen bereichen politik kultur und militär zu steigern und dann dadurch eben zum beispiel mehr truppen ausheben zu können aber auch mehr aktionen zu machen neue bestimmte karten sich zu holen die man ausspielt die einem ja sofort boni dauerhafte vorteile eben auch entwertungen bringen und im endeffekt haben wir kein spielbrett das heißt man hat hier keine landschaft von griechenland oder so sondern wir haben ganz viele bereiche einerseits leisten auch dem zentralen spielbrett wo wir auch noch mal unser mit her und unsere bevölkerung abtragen auch unseren ruhm zum beispiel den wir erreicht haben oder unsere steuern die wir als einkommen bekommen wir haben auf der anderen seite des zentralen spielbretts aber auch ganz viele marken das sollen halt so die regionen in der damaligen welt darstellen auch wahrscheinlich die angrenzende länder denn diese können wir halt durch militär aktion quasi erobern und dadurch bekommen wir halt siegpunkte geld aber eben auch diese marken die wiederum uns teilweise voraussetzungen sind um bestimmte sachen freizuschalten die uns auch siegpunkte teilweise geben für spielende und das klang alles wirklich ziemlich gut und es war auch sehr schön umgesetzt ich finde auch so vom material her wirklich in ordnung schöne gestaltung so double layer boards wo man die eigene das eigene volk und diese karte der eigenen stadt reinlegt man hat dann auch einige zur auswahl die halt unsere stützliche schwerpunkte haben trotzdem hat core aufstieg des eines imperiums für mich persönlich nicht so gut funktioniert wie ich mir das erhofft hätte was gar nicht mal so an dem spiel an sich liegt aber es gibt so ein paar details die man nicht so gefallen wir haben zum beispiel am anfang zwei würfel und haben insgesamt ich glaube sechs sechs aktionen aktionen die wir auswählen können und je nachdem was wir würfeln sind wir halt ein bisschen eingeschränkt wir können zwar wenn wir zum beispiel zwei einzel würfeln können wir oder es gibt sieben aktionen wir können zwei einzel würfeln und da können wir zum beispiel die nuller und die einzel aktion ohne zusatzkosten machen aber wenn wir zum beispiel dann eine vierer aktion machen müssen wo halten mindestens eine vierer würfelzahl oder vierer würfel dazugelegt werden müsste um die aktion nutzen zu können müssen wir entsprechend viele bevölkerung abgeben das ist gut dass wir das überhaupt sagen wir mal beeinflussen können aber wenn man halt über mehrere runden schlecht würfelt so viel so viel bevölkerung hat man jetzt auch nicht ja also es ist schon ein nachteil wenn man immer schlecht würfel bei dem spiel zudem gibt es halt hier eine möglichkeit einen dritten würfel freizuschalten was in meiner erfahrung bei dem spiel fast no brainer ist und ich mag halt spiele eigentlich nicht so die einem eine option geben die am ende sich als ja fast zwingend herausstellt dann ist es keine option ja also das hat für mich dann schwierig warum warum bringe ich das rein warum mache ich nicht gleich für alle drei würde wenn es quasi unumgänglich ist sich den dritten würfel zu holen so das ist so eine sache mit den würfel die ich persönlich da ein bisschen schwierig finde die zweite sache ist wir haben die möglichkeit eben in verschiedenen bereichen und zu verbessern wir können natürlich sehr auf militär gehen und wir können zum beispiel auch auf kultur gehen auf handel gehen es gibt aber event karten im spiel die jeder aufgedeckt werden ich mag ja event karten eigentlich sehr event karten sind toll bei dem spiel ist es aber so dass die großteil der events sich auf militärische dinge beziehen und es ist nicht nur so was also das events sind dinge die mal passieren können also man kriegt halt geld oder man verliert hat geld aber oft ist es so dass der 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 die meisten truppen hat bekommt irgendeinen boni das heißt der der eh schon gut versteht von den truppen der bekommt noch ein boni und der der wenig truppen hat der irgendwie am ende der leiste ist der bekommt sogar noch malus der bekommt noch irgendwas abgezogen er muss karten abwerfen oder geld verliert also man wird auch noch bestraft wenn man nicht so auf truppen geht und das ist halt auch von dem schwerpunkt her zu stark auf diese truppen gemacht ich glaube es sind neun runden insgesamt wenn so im schnitt drei davon sich auf militär beziehen würden drei auf handel und drei auf kultur okay aber es sind weit mehr als 50 prozent der event karten die im spiel kommen sind beziehen sich halt auf diese militär sache und wenn es halt nur den plus boni geben würde für den der vorteil liegt ja sowas okay aber dass ich auch noch bestraft werde wenn ich als letzter oder wenn ich da am wenigsten habe das gefällt mir halt auch nicht es gibt hier so ein paar details bei dem spiel die mich einfach stören wo ich der meinung bin dass da weiß ich nicht hätte vielleicht noch eine redaktion oder mehr tests oder wie auch immer vielleicht noch mehr gebracht um zu merken da ist manche sachen sind vielleicht ganz rund aber es ist vielleicht auch geschmackssache ja es muss mir ja nicht alles gefallen viele finden kora toll ich habe auch in der letzten zeit wieder viele reviews gelesen und viele meinungen gelesen die kora aufstieg eines imperiums wirklich sehr gut finden ich finde es jetzt nicht komplett schlecht ich würde es auch wieder spielen aber es hat leider die große vorfreude die ich auf kora hatte nicht erfüllt also für mich persönlich wurde der hype um kora aufstieg eines imperiums leider nicht erfüllt das vorletzte spiel auf das ich eingehen möchte ist glow und das ist von stromann games und glow ist auch ein titel der ja für viel aufmerksamkeit im vorfeld gesorgt hat denn alleine das box cover sieht schon wirklich toll aus ist ein schwarz weiß cover was so mythische tier kreaturen zeigt und das ganze spiel spielt halt in so einer welt die wohl von der dunkelheit anheim gefallen ist oder der dunkelheit anheim gefallen ist und wir müssen halt so licht splitter sammeln um wieder licht in die welt zu bringen und dazu haben wir zum einen einen helden die wir zu anfang bekommen und nach und nach in jeder runde hören wir uns hier weitere gefährten aus einer auslage das sind so karten und ja wir selber haben größtenteils die meisten helden bis auf einen haben mal zwei würfel einer bestimmten farbe und haben eine aktion die unten auf der karte drauf ist und das ist bei den meisten gefährten auch so und das heißt das spiel ist im endeffekt so ein würfel push your luck spiel das heißt wir holen uns diese wir haben diese festen würfel unseres helden haben wir permanent und jede runde wenn wir uns neuen gefährten holen bekommen wir halt auch so temporäre kleinere würfel die müssen wir am ende der runde wieder abgeben aber die können halt zusammen mit den großen würfeln für diese runde nutzen ja und dann würfeln wir und versuchen natürlich mit diesen würfeln die halt unterschiedliche symbole zeigen wobei je nach würfelfarbe ist halt das entsprechende symbol zweimal drauf alle anderen symbole sind halt da nur einmal drauf also bei dem grünen würfel zum beispiel das platz zweimal drauf alle anderen wasser feuer ist nur einmal drauf und so versuchen wir halt zu würfeln um möglichst diese aktionen die unten auf unserem helden auf der heldenkarte und auf unseren gefährtenkarten drauf sind möglichst viele davon zu nutzen die uns ja solche lichtspieler bringen was im endeffekt auch siegpunkte ist und das ist der teil den finde ich ziemlich cool also diese dieses drafting diese gefährten dass man schauen muss okay was nehme ich welchen gefährten nehme ich anders als muss der gefährte ja der sollte ja schon zu den würfel die schon habe am besten passen dass ich dieselben würfel für mehrere gefährten zum beispiel nutzen kann dieselben symbole die gewürfelt habe es gibt auch so ein re-roll mechanismus man bekommt andererseits teilweise blättchen mit dem man re-rolls machen kann aber man kann auch zum beispiel auf der siegpunkt leiste zurückgehen bis zu einem nächsten feld wo so ein re-roll symbol drauf ist das heißt man kann mal den einen oder anderen siegpunkt abgeben um noch mal neu würfeln zu können bis zu zwei würfel das ist auch eine ziemlich coole mechanik und so versuche ich halt ein ziemlich und eine ziemlich passende und von vielen synergien am besten durchzogene auslage von gefährten aufzubauen um möglichst viele punkte halt zu machen oder andere bonik zu bekommen teilweise ist es auch witzig teilweise bringen die mir im spiel negative effekte aber die muss ich halt versuchen zu vermeiden aber wenn ich den noch habe am ende kriege ich halt zehn siegpunkte zum beispiel oder manche die bringen sehr starke effekte aber wenn ich den gefährten am ende noch habe kriege ich dann sieben minuspunkte den will man im spiel nutzen aber vor dem spiel ende noch los werden also das hat schon ziemlich cool effekt und den teil finde ich auch wirklich gut das problem für mich ist der zweite teil denn das spielbrett selber gibt es zwei seiten die erste seite ist halt die landseite sag ich mal da gibt es lauter fahre wo wir so auf faden zwischen orten lang laufen können und dann nutzen wir auch noch mal die erwürfelten symbole jede runde um uns dort zu bewegen aber das ist schon relativ langweilig ja man gibt diese symbole aus bewegt sich vorwärts kriegt hin und wieder da mal ein bonus und kann dann auch so ein so ein haus abstellen was am ende dann nochmal je nachdem wie weit man auf dem spielbrett gekommen ist mehr siegpunkte wert ist ist aber trotzdem relativ belanglos noch schlimmer finde ich dann die rückseite da sind lauter inseln und da geht es halt nicht verschiedene symbole ab also zu haben als würfel und abzugeben sondern da geht es halt darum eine bestimmte anzahl unterschiedlicher symbole zu haben ja und da muss ich halt bestimmte unterschiedliche symbolanzahl haben um überhaupt mit einem schiff zu einer anderen inseln fahren zu können und das ist richtig langweilig also sorry aber ich weiß nicht wie ich sagen es tut mir auch wirklich leid und es kam bei uns in der spielerunde auch wirklich nicht gut an also dieser zweite teil von glow mit dieser bewegung auf dem spielplan der hat uns gar nicht gefallen während der erste teil dieses gefährten sammeln diese würfel würfeln und damit die effekte nutzen und sehr gut gefallen hat ja und deswegen ist in der summe glow leider für mich persönlich eher so mittelmäßig und deswegen leider für mich persönlich dem hype vor der spiel 21 nicht gerecht geworden ja zu guter letzt haben wir noch gutenberg und gutenberg war auch einer dieser titel auf die ich mich sehr gefreut habe auf der spiel 21 und ja hat ja durchaus viel hype vorher bekommen hatte alleine schon des themas wegen denn ich bin ja schon jemand für den das thema durchaus wichtig ist und dem einfach das thema reizt und ich mag es halt einfach wenn auch diese themen so als metapher gut umgesetzt sind das heißt dass das was ich im spiel tue die aktionen sich auch irgendwie im thema begründen das macht mir einfach mehr spaß als irgendwelche völlig abstrakten dinge zu machen und deswegen habe ich mich auf gutenberg sehr gefreut denn hier geht es ins 15 jahrhundert wir selber sind treten quasi in die fußstapfen von gutenberg wir sind pironiere des buchdrucks und wir bauen zum einen unsere eigene druckerei auf was unter anderem dadurch eben gemacht wird indem wir bis zu drei zahnräder auf unser eigenes tableau legen die uns halt jede runde bestimmte boni geben bestimmte zusatzmöglichkeiten bestimmte zusatzressourcen oder eben siegpunkte auch direkt und ja jede runde läuft gleich ab dass wir am anfang der runde verdeckt unsere aktionen plant das ist auch ganz witzig gelöst je nach spieler reihenfolge haben wir eine unterschiedliche anzahl von schwarzen cubes und die setzen wir halt in fünf aktionen ein und wir müssen mindestens einen von diesen schwarzen würfeln eine aktion einsetzen überhaupt nutzen zu können und danach ergibt sich halt ihre reihenfolge die aktions reihenfolge aus der anzahl der cubes die da liegt also selbst wenn ich an sich nicht startspieler bin aber mehr cubes als der startspieler in einer aktion hat fange ich halt an nur bei gleichstand ist halt der startspieler oder geht zeit in spieler reihenfolge aber so kann ich halt schwerpunkte setzen auch wenn ich da irgendwas sehe in einem bestimmten auftrag oder ein bestimmtes zahnrad was ich unbedingt haben möchte oder ein patron also so ein unterstützer den man sich noch holen kann oder den man erfüllen kann um siegpunkte zu bekommen dann versuche ich halt möglichst viele würfe da reinzulegen und wirklich erster zu sein der dran kommt und das ist schon ziemlich cool der mechanismus ich mag dieses verdeckte plan von aktion in dem fall zumal man dann immer auch noch sonderfähigkeiten haben kann die einem bestimmte dinge erlauben also kann man auch mit einzelnen charakteren spielen die so kleine sonderregeln haben und das spiel ist wirklich nicht schwer also das problem für mich war am anfang bei gutenberg da steht expertenspiel drauf und das ist es nicht und da war ich am anfang bisschen enttäuscht denn es ist kein exakt spiel es ist ein kennerspiel es ist ein ja fast schon gehobenes familien spiel schräg schräg kennerspiel von daher war ich zu anfang ein bisschen enttäuscht dass es mir zu dünn war aber nachdem ich den schock sich ja mal erst mal überwunden hatte bei den weiteren partien muss ich sagen hat mir gutenberg sehr gut gefallen wenn man eben sich darauf einlässt dass es ein kennerspiel ist es geht relativ schnell die aktionen sind jetzt nicht wahnsinnig kompliziert man hat nach einer partie auch schon mehr oder weniger alles gesehen aber diese tüftelei welche kombination aus aufträgen holt man sich also so ein auftrag den wir erfüllen müssen der besteht immer aus einem pflichtteil und einem optionalen teil da holt man sich in der entsprechenden phase eben immer einfach mit vom linken bereich und vom rechten bereich so ein also ein so eine karte und die werden zusammengelegt und dann ist das der auftrag man muss den pflichtteil erfüllen und da gibt es schon was aber der aber gibt es geld aber der optionale teil der auch nicht so einfach zu erfüllen ist der bringt aber vor allem siegpunkte und den also man kann nur den pflichtteil erfüllen und die optionalen teile hat nicht manchmal gerade zu anfangen wo man nicht so viele ressourcen hat muss man das auch mal machen aber später will man eigentlich das komplette ding erfüllen denn das bringt richtig siegpunkte ja von daher gutenberg gefällt mir sehr gut ich würde mir da irgendwie wünschen dass es dann auch noch mal eine erweiterung vielleicht gibt die vielleicht auch noch mal irgendwie noch mal lehrlinge oder mitarbeiter rein führt oder ähnliches da kann man sich die sache noch ein bisschen die komplexität und noch ein bisschen die abwechseln noch ein bisschen steigern aber an sich muss ich sagen gefällt mir gutenberg sehr sehr gut von daher am ende dann doch meinem hype und dem generellen hype für gutenberg würde ich sagen gerecht geworden erscheint dieses jahr auf deutschland bei hoch ich hatte schon ich hatte die englische version von krana games von daher gutenberg ein sehr gutes spiel ja und das war mein blick auf elf spiele die ja zumindest bei meinem wahrnehmung und in meinen listen so ein hype hatten für die spiel 21 und mein rückblick darauf welche dieser titel dem hype dann auch gerecht geworden sind meiner meinung nach und welche nicht ja nun würde ich mich natürlich sehr darauf freuen von euch zu hören welche spiele waren denn bei euch wirklich stark gehypt vor der spiel 21 und wie seht ihr das jetzt im nachhinein und auch zu den titeln die ich natürlich jetzt genannt habe wie es eure meinung dazu wenn ihr die schon spielen konntet da lasst gerne einen kommentar das würde mich sehr freuen